Mein Job geht es eigentlich um Holz. Wir machen Schränke, Regale, bauen Büros um. Moin, ich bin Holger Juckel, arbeite bei Bremen-Portz und bin in der Hafenunterhaltung als Tischler tätig. Hafenunterhaltung macht die Straßen, die mähen Rasen an den Straßen, die Fan-Leute schwimmen im Hafen, wie in der Tischerei sind alle Mädchen für alles. In meiner Freizeit gehe ich gerne auf Konzerte und wenn mal keins ist, dann bin ich bei mir im Garten wie Rasen und abends mit Kumpels am Lagerfeuer. Mein Job ist halt mein Leben.